Nordrhein-Westfalen ist ein sehr bedeutender Standort mit 18 Millionen Einwohnern und wir haben ja immerhin 750.000 Unternehmen, also eine volle Kraft, die wir hier in Deutschland entfalten können. Nordrhein-Westfalen steht mitten im Wandel und wir können ja Strukturwandel sehr, sehr gut, das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Und mit dem, was auf uns zukommt, Stichwort Nachhaltigkeit und Digitalisierung mit einem Investitionsvolumen von über 70 Milliarden pro Jahr steht uns einiges bevor. Von daher gesehen brauchen wir schnellere Prozesse, wir brauchen die Digitalisierung, damit unsere Wirtschaftsunternehmen auch schneller die Investitionen umsetzen können. Und ich finde, Nordrhein-Westfalen hat es verdient, ein lukrativer und spannender Standort zu sein. Von daher gesehen müssen wir vieles dafür tun. Nicht nur Digitalisierung, sondern auch Infrastrukturmaßnahmen müssen nach vorne gebracht werden. Aber ich glaube, was ich in der letzten Zeit gesehen habe, sind wir auf einem guten Weg, denn es zeigt, Nordrhein-Westfalen hat mittlerweile auch eine führende Rolle als Motor der Wirtschaft und der Bundesrepublik aufgenommen. Und daran muss auch die Landesregierung weiter arbeiten.